Das Leben als Mutter kann anspruchsvoll und herausfordernd sein. Kindererziehung, Haushalt, Partnerschaft und Beruf unter einen Hut zu bringen, ist nicht einfach. Kommen familiäre Schwierigkeiten, soziale Probleme oder Krankheit hinzu, können Druck und Stress unerträglich werden. Um Müttern und Kindern in diesen Belastungssituationen wirksam zu helfen, gibt es ein ganz besonderes Gesundheitsangebot. Die Mutter-Kind-Kur. Das ist eine dreiwöchige Vorsorge- oder Reha-Maßnahme, in der nach einem ganzheitlichen Therapiekonzept behandelt wird. Eine medizinisch erforderliche Gesundheitsmaßnahme, deren Notwendigkeit ärztlich bestätigt werden muss. Und kein Urlaub. Im Mittelpunkt stehen individuelle Therapien und Anwendungen. Nach Prüfung können die Kosten von Ihrer Krankenkasse übernommen werden. Sie erfüllen alle Voraussetzungen und wollen zur Mutter-Kind-Kur? Dann unterstützen wir Sie gerne auf Ihrem Weg. Informationen und Unterlagen gibt es unter 0800 223 2373 oder auf www.kur.org. Die notwendigen Atteste schicken Sie zusammen mit den ausgefüllten Unterlagen an uns zurück. Wir prüfen alles, reservieren mit Ihnen einen Termin in einer unserer sieben Mutter-Kind-Kliniken und reichen den Antrag für Sie ein. Über die Kostenübernahme informiert Sie Ihre Krankenkasse. Wird diese abgelehnt, unterstützen wir Sie bei Ihrem Widerspruch. Sind alle Formalitäten geregelt, steht Ihrer Mutter-Kind-Kur nichts mehr im Weg. Übrigens, liebe Papas, natürlich bieten wir auch Vater-Kind-Kuren an. Jetzt informieren und beraten lassen. Kostenfrei und unverbindlich. Wir kümmern uns um Ihre Gesundheit.